...gekostet. So schön. So. So Leute, wir sitzen wieder im Auto. Unboxing von meiner neuen Taucherbrille. Die hat 10 Euro gekostet. Die ist toll. Rosa. Und ein bisschen dicklitz. Hier noch so eine Folie drauf. Die ziehen wir jetzt in der Ablage, ne? Das ist ja das Ding. Ich habe noch eine Badekappe gekauft. Bald ist Kopenhagen Fashion Week, darf man so? Ja, das sieht eher aus wie Palma Fashion Week. Die ist cool. Ab geht's nach Hause. Jeden Meter, wenn man nicht gleich. Einen. Jeden Meter Meter einset. Das ist toll. Ich bin vier. Die scraps! Man hat es nicht so hart. Vor allem mit dem musst du anfangen, sonst wäre das interessant. Das sind Kosmetiktücher, weil wir beide erkältet sind und uns die Seele aus dem Leib schneitzen. Das hat nichts mit Cola zu tun und nichts mit Energy. Ein paar Himbeeren, ein paar Kornbeeren. Das war's. Ein Sorteil sieht für süß aus. Guten Leute! Ich kann nicht, dass hier eine Brezel in Spanien ist. Nee. Was sollen die schreiben in die Kommentare? Pfirsich oder Nektarine mit Feta oder Wassermelone mit Feta. Ja, was? Ob man das schon mal gegessen hat. Wassermelone mit Feta ist ja schon bekannt. Ja. Aber das mit Feta so als Strand essen. Die sollen jetzt sagen, ob sie es schon gegessen haben. Ja, oder probieren und dann sagen, ob es geil war. Okay. Das ist vom Sternekoch des Vertrauens. Das schmeckt natürlich nur geil am Strand. Ach so. Ist ja klar. Zuhause ist ja scheiße. Zuhause mit Burrata. Ah ja. Feta ist halt ein bisschen handlicher. Kannst jetzt nicht so einen Burrata abbeißen. Ja, ja. Ist ja eine Sauerei. Okay. Danke für die Info. Tippi-tappi. Noch ein bisschen Frucht? 4 Euro, Berlin. Hau weg jetzt. Das kann ich mir nicht ganz in den Mund stopfen. Das fängt doch super an. Entschuldigung. Will ich verarschen? Warum guckst du auf einen? Wir können ja mitspielen lassen. Wir können ja so ziehen, dass du immer die Karten... Guckt man nicht? Jetzt zeig mal deinen Platz. Du hast geguckt. Du bist so ein trickiger Spieler. Es ist so kalt. Und damit habe ich gewonnen. So eine Pferdepisse. Und du hast verloren. Wenn du dich nicht so schön freuen würdest, würde ich dir eins in die Fresse hauen. Spaß. Ich nehme, ich nehme, ich nehme die. Das ist eine sandige Nummer. Oh, komplett. Nicht gucken. Du hast 200 plus 4. Das ist total süß. Kannst du mir eine abgeben? Nein. Dann ist das Spiel lustiger. Nee, ich will dich jetzt zerstören. Boah, wie ich dich hasse. Wirklich, es geht gar nicht. Boah. Oh, nur letzte Karte. Boah, nee. Nee. Ja komm, mach jetzt. Du kannst legen, was du willst. Oh, oh, oh. Aua. Das ist ein Blödmann. Der Mann. Scheiße. Das ist ein Blödmann. Du kannst. Du kannst du das tun. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Ja. Ich wünsche ich würde so aus dem Meer kommen. So. So. Haargestell. Geht ja gar nicht. Leute, ich sah heute wirklich bodenlos aus. Nein. Doch. Es stimmt. Ich sah aus wie eine kleine Seeleiche. Nein, du sahst aus wie eine Meerungsfrau. Mit sehr großem Haar. Sehr großem Haar. Ne, aber jetzt ist alles wieder gefixt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt richtig süß hoffentlich Abendessen. Wir haben richtig fett Hunger. Richtig Hunger. Gab es nämlich nichts. Wir hatten nichts am Strand richtig mit. Das war nur... Das war nichts ganz, nichts halbes. Also ich hatte Mago-Streifen getrocknete. Du hattest Nektarine und ein Pfirsich. Drei Früchte. Und ein Cola-Kau. Cola-Lala. 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 Cola-Lala-Lala-Lala. Sorry. Und ich habe auch du hast tatsächlich. Na gut, Leute. Aber ich wollte euch mein neues Hemd zeigen. Der ist so ein bisschen holprig. Der ist so ein bisschen... Der ist so ein bisschen... Der ist so ein bisschen holprig. Aber das halte ich auf meinem neuen Hemd. Und meine... Das ist dein... Sleigh sag ich. Sleigh. Sleigh. Boah. Okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, weil wir hoffentlich in einem schönen Restaurant sitzen. Das er ausgesucht hat. Kussi auf die Nuss. Ne. Kuss auf die Nuss. Geil. Das ist. Knoblauch. Boah. Toll. Sicher. Ich bin ja noch jung und dynamisch, es ist ja nicht so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Jetzt ist es lauter, genau in dem Moment. Ja klar. Das ist es ja. Hier gibt es so zwei Äuglein. Das ist dein Hund. Siehst du das? Guck mal. Und das sind die beiden Ärmchen. Ja. Das ist der kleine Bauch. Den vernichten wir jetzt. Yeah. Wow. Geil. Und das ist es Leute. Und das ist es Leute. Das ist eine Art die Böden. Das ist ein Lager. Das ist eine gute Böden. Das ist das Neue. Das ist das Neue. Das ist die Böden. Und das ist nicht so sehr. Das ist eine gute Böden. Der разбurte. Es ist ganz haus. Und die Böden. Der пять. Was ich rough? Das ist eigentlich nicht so? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020